Mit unserer Vision Smart Factory 2025 wollen wir die Zukunft der Produktionsstrukturen definieren. Als ersten Schritt auf dem Weg der nächsten fünf Jahre haben wir den Begriff Production Level 4 definiert, der das Konzept der autonomen Produktion sehr konkret umschreibt. Wir werden dann an einem neuen Demonstrator im Laufe der nächsten Jahre sukzessive die konkreten Ergebnisse umsetzen und zeigen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus unseren Forschungsprojekten in die Realität überführen. Untertitelung des ZDF, 2020